Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Kochen und Backen unter freiem Himmel Berlin-Brandenburg. Ich bin der Steve und ich werde heute vom Parkplatz Groß Bären aus hier einfach mal ein paar Muffins kredenzen. Wir sind von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg und ich zeige euch mal das Besondere daran, warum wir hier im Freien einfach mal kochen und backen können. Ich mache mal einen kleinen Schwenken mit der Kamera, dann seht ihr das auch. Wir haben hier einen kleinen Ofen, einen Mixer und einen Grill und sowas alles unter anderem aufgebaut und diese ganzen Geräte sind alle angeschlossen an einer Ladesäule, die zu unseren Gunsten natürlich pauschal abrechnet, was wir auch entrichten. Das heißt also, wir zahlen auch für den Strom, keine Angst, wir begehen hier keine Stromschneuerei. Aber zurück zum Thema, unser Thema heute ist, wie mache ich Muffins an einer Ladesäule? Das ist relativ einfach, ich habe hier schon mal was vorbereitet, wie man das so aus dem TV-Kochen kennt. Habe hier schon mal ein bisschen Backpulver und Mehl. Das Rezept schreibe ich gerne unten in die Infobox rein. So, das machen wir hier rein, das brauchen wir nicht mehr. So, dann kommt noch ein Ei dazu. Der Profi kann es mit einer Hand, Ella-Betsch. So, brauchen wir auch nicht mehr. Und noch etwas Öl und Wasser. Und ich werde es gleich gerne nochmal zeigen. Ja, der Mixer läuft jetzt an der Ladesäule. Mit schönen grünen Strom, gesponsert von unserer Ladekarte. Ich will hier keine Schleichwergung machen, deswegen sage ich nicht welche. So, brauche ich da eigentlich noch eine Hand, aber die stehen alle hinter der Kamera. Alles gut, jetzt geht's. Machen wir noch ein bisschen Öl dazu. Dankeschön, liebe Mona. So, ihr seht, wunderbar. Schön, schöner Teig, direkt fertig. Ja, so eine Ladesäule hat auch Power. So, den Ofen habe ich natürlich schon mal vorgeheizt. Schön, 160 Grad, wunderbar. Jetzt nehme ich mir hier einfach so ein bisschen Teig draus. Mach das hier in so eine Silikonform rein. Und dann werden wir gleich... Hatte jetzt leider keine Muffinform. Deswegen gibt es ein bisschen länglichere Form. Aber das ist auch in Ordnung. Beeinträchtigt ja den Geschmack in keinster Weise. Auslecken, ich. Ha, 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 ha. So, jetzt muss ich jetzt nur noch gleichmäßig verteilen, da es etwas längere Formen sind, wie ihr seht. Der Volker, mit dem machen wir gleich noch ein Interview, der hat die Ladetechnik hier aufgebaut. Der ist Elektroingenieur, der weiß auch, was er macht. So, wie beim TV-Kochen machen wir das jetzt. Die sind jetzt im Ofen, 160 Grad, etwa 10, 15 Minuten. Wir spulen hier mal vor. So, und warum machen wir das jetzt ausgerechnet an dieser Ladesäule? Naja, der Hintergrund ist relativ einfach. Ich verlinke hier oben mal, das ist eins der ersten Videos auf unserem Kanal von Julian, der bereits mal an dieser Ladesäule geladen hatte. Und da hat er so ein bisschen gezeigt oder auch ein bisschen angesprochen. Hier steht am Bahnhof Großbergen stehen zweimal 22 kW zur Verfügung. Jetzt wird ein Zubf vorbei, könnte ein bisschen laut werden. Aber es ist halt ein Park-and-Ride-Parkplatz, irgendwo im Nirgendwo. Und wünschenswert wären hier noch 10 oder 20 Anschlüsse, a 3,5 kW oder 1,6 kW oder was das ist. Also, die man hier ranbekommen könnte, dann müsste man den Ladeplatz oder die Ladeplätze nicht extra ausschildern. Und dann könnten hier quasi Pendler auch sinnvoll laden. Denn mit 22 kW, es ist halt die Frage, hänge ich so hier ran, ist die in ein bis zwei Stunden voll? Hänge ich irgendein anderes Fahrzeug dran, kann er die 22 kW halt nicht wirklich ausnutzen? Eine 22 kW-Säule macht schon Sinn, ist aber leider traurig, wenn sie halt irgendwo im Nirgendwo steht. Und wenn, ich verlinke mal den Eintrag dieser Ladesäule von Going Electric, und wenn unter Ladeweile schon steht, nichts außer Bahnhof. Ihr seht so ein bisschen drumherum, hier ist halt wirklich nichts. Und ich zeige es auch gerne von hier unten nochmal, ich drehe mal die Kamera. Da vorne stehen wir. Und ihr seht, es ist wirklich nur ein Park-and-Ride-Parkplatz. Also hier gibt es nicht mal einen Imbiss oder irgendetwas, sondern hier hinten geht es über so einen Schlängelweg, dann rüber zum Bahnhof. Da sind halt, oder da sind die hohen Kosten für 2x22 kW sicherlich ein bisschen fehlgeleitet. Wir wollen ja nicht meckern. Jeder Ladepunkt ist super, aber hätte man hier im Vorfeld vielleicht einen Elektromobilisten zu Rat gezogen, dann wäre da sicherlich etwas anderes, etwas Sinnvolleres entstanden. Und dass es halt eben sonst nicht genutzt wird, sieht man daran, dass diese Ladesäule bisher nur ca. so um die 10-20 kWh abgegeben hatte. Und warum machen wir jetzt hier unsere Ladeparty? Naja, wir wollen vermeiden, dass die Gemeinde Großbeeren irgendwann auf die Idee kommt, zu sagen, wir haben Ladepunkte errichtet, diese werden aber leider nicht genutzt und dementsprechend ist wahrscheinlich E-Mobilität nichts für unsere Region. Um dies zu vermeiden, haben wir gesagt, machen wir hier die Ladeparty, ziehen ordentlich Energie aus der Ladesäule, damit der Zähler nach oben getrieben wird und damit die Verantwortlichen sich hinterher nicht rausreden können und sagen können, naja, wurde ja leider nicht genutzt, sondern wir sind parallel auch noch in Gesprächen und haben die Gemeinde oder den Bürgermeister auch schon angesprochen, haben auch schon gesagt, Leute, ganz im Ernst, toller Ladepunkt, aber bitte fragt die Leute, die es jeden Tag nutzen, damit auch die E-Mobilität endlich in Deutschland vorankommt und damit sie auch massentauglich ist. Schnitt und schon sind unsere Muffins fertig, weil ich keinen Topflappen dabei habe, mache ich es mal mit der Hand, aber wie man sieht, sind die wunderbar geworden, aber auch tatsächlich ein bisschen heiß. Meine Assistentin, ich bräuchte bitte noch mal ein Messer. So, nicht schön, aber selten unsere Ladesäulen-Muffins. Was passt am besten zu einem Muffin? Richtig, ein Kaffee. Okay, und deswegen hat der Volker ja auch in seinem Kofferraum eine Kaffeemaschine. Tja, und schon ist er fertig. Lade so einen Muffin, lade so einen Kaffee. Ich hau mir das jetzt rein und in der nächsten Szene werden wir dann auch noch grillen. Und wer das Ganze ermöglicht hat, das ist der Volker. Hallo. Hallo. Und vielleicht stellt sich doch einfach mal vor, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Volker, der Betreiber vom Elektroroller-Forum. Und daraus ist auch jetzt die ganze Idee im Prinzip entstanden, weil man die Elektroroller ja immer nur über Schuko laden kann und wir trotzdem uns an Ladesäulen treffen wollten. Und deswegen habe ich dann einen Verteiler gebaut, der von der normalen Typ-2-Dose verteilt auf Schuko und zur Not auch CEE. Und damit hier nicht gleich Kritik aufkommt, du bist Elektroingenieur, das heißt also du weißt, was du da gebaut hast? Ich weiß, was ich da gebaut habe. Okay, das ist alles abgesichert und du hast das alles geprüft und da kann nichts passieren. Genau, so ist es. Okay, aber es ist doch eine lustige Idee, die wir da hatten, oder? Dass wir dann gesagt haben, okay, dann lass doch einfach mal eine Ladeparty machen. Ursprünglich war die Idee, okay, Kaffee kochen, du hast ja die Kaffeemaschine hinten im Kofferraum. Genau. Kaffee kochen an der Ladesäule, daraus wurde dann, dazu kam dann irgendwann Popcorn. Dann haben wir gesagt, okay, dann können wir auch einen Elektrogrill dran betreiben und wenn wir einen Elektrogrill dran betreiben können, dann könnten wir auch Muffins backen, oder? Genau. Aber erzähl doch mal ein bisschen, was macht denn dieser Verteiler da jetzt eigentlich? Also was passiert da? Ja, also im Prinzip ist es wie ein Hausanschluss, so eine Ladesäule, mit halber Leistung, wirklich mit einem Hausanschluss. Das sind dann ja drei Phasen, halt mit einer bestimmten Stromstärke und die werden dann wie im Sicherungskasten zu Hause verteilt auf verschiedene Steckdosen. Viel mehr ist das nicht. Ein bisschen Kommunikation mit der Ladesäule muss noch stattfinden am Anfang, damit die Ladesäule gesagt kriegt, hier steht ein Auto und das Auto ist bereit zum Laden und dann schaltet die Ladesäule den Strom frei und den kann man nutzen. Das hast du sozusagen, diese Kommunikation hast du sozusagen mit der Box simuliert? Die tut so, als wäre es ein Auto. Okay. In meiner Weltanschauung ist das im Prinzip nichts anderes, was wir hier machen, als man ab nächstes Jahr theoretisch mit einem Sion auch machen könnte. Richtig. Den steckt man in eine Ladesäule ein, der hat seinen Schoko-Ausgang, da könnte ich auch einen Elektrogrill dranhängen und könnte alles betreiben. Es ist halt nicht direkt mit dem Auto verbunden, die liegt einfach nur im Kofferraum drin, richtig? So ist es. Die würde auch so funktionieren. Die würde auch so funktionieren. Wann können wir mit der Serienreife dieses Produkts rechnen und im Online-Shop? Das dauert noch ein bisschen. Also jetzt kommt erstmal noch ein bisschen Technik rein, die die momentane Leistung überwacht auf jeder Phase. Das es dann nicht mehr quasi manuell machen muss. Genau, dann kann der automatisch entscheiden, welche Phase wie stark belastet wird und das verteilen. Also das ist noch nicht nötig bei dem ein bisschen, was wir immer ziehen. Aber wenn wir irgendwann mal vorstellen, wir sind da mit 50 E-Rollern oder so, dann... Also dürfen wir dich bei der Weiterentwicklung dieser Box noch ein bisschen begleiten. Gerne. Und dürfen darüber gerne berichten. Gerne. Super. Dann danke ich dir auf jeden Fall für das kurze Gespräch. Wir werden uns jetzt einen Smoothie machen und dann noch grillen. Und ja, genießt einfach den Ausblick, äh, den Anblick. Was ist das Besondere am Ladesäulensmoothie? Gar nichts. Du machst einfach nur einen Smoothie und hängst das Wort Ladesäule vorne dran. So, dann wollen wir doch mal sehen, was wir jetzt gerade aktuell ziehen. Mal gucken, ob man uns auf der Säule erkennen kann. 6 kW ziehen wir gerade. Das ist ja sehr human. 6 kW ziehen wir bloß? Naja, ist ja wirklich sehr human. Dafür, dass jetzt gerade... Nee, der Nio ist abgesteckt. Wir haben jetzt gerade den Backofen für das Knoblauchbrot dran. Wir haben Würstchen auf dem Grill. Äh, denn der Leaf ist auch noch dran. Der ist dran, der ist aber auch vollgeladen. Der läuft nur noch die Klimaanlage drüber. Achso, da läuft nur noch die Klimaanlage drüber. Genau. Die Kühlbox. Relativ spartanisch, aber für den ersten Versuch reicht's. Wir ziehen uns jetzt gleich noch ein paar Bratwürstchen rein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal. Hier kommt noch mehr. Nicht nur so ein Klamauk-Videos. Aber wir wollten einfach nur mal zeigen, was alles möglich ist. Denn die Frage wäre ja, wann hat man zuletzt mal eine Grillparty an der Tanke gefeiert? Verstehe ich. Sollte man vielleicht noch unterlassen? Ja, ist vielleicht nicht ganz so gesund. Und, ähm, naja, wir zeigen damit, was möglich ist. Wir nutzen damit die örtliche Ladeinfrastruktur. Und wir haben ein bisschen Spaß. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.